Klicken Sie auf die App. Geben Sie Ihr Konto und Ihr Passwort ein. Klicken Sie auf Ich und dann auf Gerät in Betrieb nehmen, um die Schritte der Inbetriebnahmeanleitung aufzurufen. Beachten Sie, dass das Smartphone eine Internetverbindung benötigt, um die Inbetriebnahme durchzuführen. Klicken Sie auf QR-Code scannen und scannen Sie den QR-Code auf dem Dongle. Warten Sie, bis das Smartphone den Zugangspunkt des Dongles gefunden hat. Wenn Sie erfolgreich mit dem Zugangspunkt des Gerätes verbunden sind, klicken Sie auf Weiter. Wählen Sie zunächst den Grid-Code. Prüfen Sie dann, ob das Modell der Batterie automatisch auf dem Bildschirm erscheint. Wenn nicht, überprüfen Sie die Batterieanschlüsse. Wählen Sie schließlich, ob die Haushaltslast mit dem Smartmeter oder den Stromwandern gemessen wird. Klicken Sie auf Weiter, um mit der Inbetriebnahme fortzufahren. Wählen Sie aus, wie der Dongle mit dem Internet verbunden werden soll. Wi-Fi oder Ethernet? Wenn wir Wi-Fi auswählen, sucht die App automatisch nach Wi-Fi-Signalen in der Nähe. Wählen Sie einen Router mit Internetzugang und geben Sie das Passwort ein. Der Dongle versucht, eine Verbindung mit dem Router herzustellen. Warten Sie, bis das blaue Licht des Dongles anbleibt. Dies zeigt an, dass die Verbindung zum Wi-Fi des Routers erfolgreich war. Die App wird automatisch nach allen Geräten des Systems suchen. Klicken Sie auf Weiter, um die Anlage jetzt zum Überwachungsportal hinzuzufügen. Füllen Sie die detaillierten Informationen über die Anlage aus und klicken Sie auf Ich habe die Genehmigung des Eigentümers erhalten. Geben Sie die Informationen zum Strompreis ein und klicken Sie auf Senden. Im letzten Schritt können Sie der Anlage einen Endbenutzer hinzufügen. Klicken Sie zunächst auf Endbenutzer hinzufügen. Klicken Sie dann auf Benutzer hinzufügen. Geben Sie dann den Benutzernamen und die E-Mail-Adresse des Benutzers ein. Klicken Sie auf Ich habe die Genehmigung des Eigentümers eingeholt und dann auf Fertigstellen. Der Nutzer erhält eine E-Mail zur Bestätigung seines Passworts. Es ist möglich, ein Passwort innerhalb von 24 Stunden zu setzen. Sobald die Anlage angelegt ist, kann es 5 bis 10 Minuten dauern, bis die Überwachungswerte auf der App angezeigt werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.